211 hat er mir gerade auch erzählt, dass er sich so ein eigenes Brot zusammen gebastelt hat weil er gerne angeln geht und er springt einfach mit dem körper runter ich glaube ich werde hoffentlich kommen die schnell so ein scheiß da habe ich schon eine nette unterhaltung gehabt man wird ganz übel hier unten und wird ganz kalt so eine scheiße kommt jetzt aber ich muss durchhalten ok ja fahrt hier weg, fahrt euer Fahrzeug immer auf der Seite die Dinger explodieren ok Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020